Merci, merci. Geniale Songs sind wie griechischer Wein. Sie werden mit den Jahren immer besser. Denn immer, immer wieder geht die Sonne. Wir haben Udo Jürgens Erbe angenommen und für sie eine einzigartige, kompetent und liebevoll ausgewählte Kollektion zusammengestellt. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Wir präsentieren das große Lebenswerk von Udo Jürgens. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Mit 100 Hits auf 5 CDs unter dem Titel Danke Udo. Es war der 21. Dezember 2014. Das war ein Sonntag und ich glaube, fast jeder weiß, was er gerade getan hat, als ihm die Nachricht erreichte, Udo Jürgens ist tot. Wir haben für sie auch 5 CDs, 100 Hits ausgewählt, die das musikalische Werden dieses Genies dokumentieren. Das ist die große Udo Jürgens Kollektion. Danke Udo. Sag ihr, ich lass sie grüßen. Sag ihr, es geht mir gut. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und dass dir nie die Hoffnung fehlt. Dass ich dir sagen will, bist du bei mir, ist so unsagbar viel. Doch glaube mir, wenn du mich nicht verstehst. Sein Namensvetter Udo Lindenberg formulierte seine Trauer mit den Worten, es ist, als wäre ein Familienmitglied von uns gegangen. Als Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren bei einem Spaziergang in der Schweiz einen plötzlichen Herzversagen erlag. Wir trauern um den Komponisten, den Entertainer, die Persönlichkeit Udo Jürgens mit 100 seiner bekanntesten und wertvollsten Songs. Aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. In Tantenballaden, an der Ecke vis-a-vis. Wenn an der Tür die Glocke wimmelt, ist das beinahe schon Melodie. Buenos Dias, Argentina, guten Tag, du fremdes Land. Buenos Dias, Argentina, komm, wir reichen uns die Hand. 60 Jahre, ich wiederhole das gern nochmal mit mindestens sechs Ausrufezeichen. 60 Jahre dauerte die Karriere von Udo Jürgens. Mehr als 50 Alben wurden zu Bestsellern und mehr als 1000 Songs hat er sich ausgedacht. Seine Hits bleiben unvergessen. Die 100 bekanntesten, aber auch Raritäten, die noch nie auf Udo Jürgens CDs erschienen sind, finden Sie auf Danke Udo. Europas Musikgenie Udo Jürgens hinterließ uns sein großes Lebenswerk. 100 Hits auf 5 CDs. So eine Kollektion gab es noch nie. Sagen wir gemeinsam, Danke Udo. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Udo Jürgens hat uns berührt. Seine Musik ist ein Teil unseres Lebens. Kein anderer Musiker verband großartige Kompositionen und wertvolle Inhalte so genial. Das war sein Leben. Das waren seine Hits. Wir präsentieren das große Lebenswerk von Udo Jürgens mit 100 Hits auf 5 CDs unter dem Titel Danke Udo. Sichern Sie sich Danke Udo für nur 49,99 plus Versand. Rufen Sie uns an 080 3 mal die 5 03. Freuen Sie sich auf alle großen Erfolge und sogar noch nie auf CD veröffentlichte Songs. Danke Udo. 080 3 mal die 5 03. 080 3 μαςpINT Und wieder bringt ein Tag für uns sein Leben. Merci. Merci. Für die Stunde. Sch intim. Das will ich. Und ich will es. Immer wieder. Ich muss es einfach nochmal betonen, Udo Jürgens hat über 1000 Lieder komponiert und mehr als 50 Alben veröffentlicht. Einige dieser Hits wurden zu, ja, regelrechten Volksliedern. Auch hier auf Danke Udo geht es quasi von Merci Cherie bis Ich war noch niemals in New York. Diese 100 ausgewählten Songs sind alle sein Vermächtnis. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich weiß, was ich will, ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht, mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube nirgends ist ein Ende in Sicht. 17 Jahre, blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre, blondes Haar, wie find ich zu ihr. 17 Jahre, blondes Haar, es war 1965, als dieser Hit zum Titel eines deutsch-italienischen Musikfilms wird und die Kinokassen zum Überlaufen bringt. Und ein Jahr später kam 1966 Merci, 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 Merci Cherie, wird zum Grand Prix Siegertitel mit Top-Charpe-Positionen in über 20 Ländern weltweit. Und all diese Erfolge gab es noch nie so ausgewählt zusammengestellt auf einer Kollektion wie hier auf Danke Udo. Der geniale Musiker Udo Jürgens weilt nicht mehr unter uns, seine Musik aber lebt weiter. Wir präsentieren Ihnen das große Lebenswerk von Udo Jürgens unter dem Titel Danke Udo. Danke Udo. 100 Hits auf 5 CDs. So eine Kollektion gab es noch nie. Udo Jürgens ist immer noch da. Sagen wir gemeinsam Danke Udo. Sie alle schämen sich für uns denn die Ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halte ich nicht länger aus. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich höre schon wie der Teufel an, wenn wir am Schnaps einmal sterben. Sagen wir wie, sagen wir wie, fang ein kleines Glücklich ein. Sagen wir wie, sagen wir wie, kann der Liebe nahig sein. Sagen wir wie, sagen wir wie, wird aus Tränen Sonnenschein. Sagen wir wie. Sie werden es kennen. Griechischer Wein ist Zeitgeschichte und ein Aufruf zu Toleranz, zum friedlichen und verständnisvollen Miteinander ohne den erhobenen Zeigefinger. Und das konnte wirklich nur Udo Jürgens. Für diesen Hit des Jahres 1975 wurde er und sein Texter Michael Kunze von der griechischen Regierung in Athen empfangen. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Was wirklich zählt auf dieser Welt, bekommst du nicht für Geld. Es wird Nacht, Senorita, und ich hab kein Quartier. Nimm mich mit in dein Häuschen, ich will gar nichts von dir. Ja, noch nie hat es eine Kollektion so auf den Punkt gebracht. Der österreichische Entertainer, Komponist, Pianist und Sänger Udo Jürgens hat sich mit seinen Liedern selbst ein Denkmal gesetzt. Diese fünf CD mit dem Titel Danke Udo beweisen, Udo Jürgens Musik ist einzigartig, eingängig und diese 100 Songs bleiben unter Garantie unvergessen. Udo Jürgens hat uns berührt. Seine Musik ist ein Teil unseres Lebens. Kein anderer Musiker verbannt großartige Kompositionen und wertvolle Inhalte so genial. Das war sein Leben, das waren seine Hits. Wir präsentieren das große Lebenswerk von Udo Jürgens mit 100 Hits auf 5 CDs unter dem Titel Danke Udo. Sichern Sie sich Danke Udo für nur 49,99 plus Versand. Rufen Sie uns an 080 3x5 03. Freuen Sie sich auf alle großen Erfolge und sogar noch nie auf CD veröffentlichte Songs. Danke Udo 080 3x5 03. Buenos dias Argentina, guten Tag, du fremdes Land. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. 17 Jahre, blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre, blondes Haar. Also eine Zahl muss man sich vor Augen halten, wenn man an Udo Jürgens denkt. Mit 105 Millionen zu Lebzeiten verkauften Tonträgern gilt Udo als einer der erfolgreichsten männlichen Musiker der Welt. Und eben diese musikalisch wunderbare und textlich hochwertige Musik darf nicht in Vergessenheit geraten. Die 100 beliebtesten und besten Songs finden Sie hier auf Danke Udo. Ich will gern einmal nach Paris, einfach so nur zum Spaß. Ich isst gern mit den Fingern und schlaf gern mal im Gras. Das ist nun mal die Wahrheit. Er ist der Fehler im System. Der Mann ist das Problem. Udo Jürgens sagte einmal, wenn der Jubel vorbei ist, bist du schnell wieder unten. Du verlässt das Theater über den Hinterhof und dir kommt einer entgegen, der dich nicht mal erkennt. Und plötzlich bist du gar nichts mehr. Dieser Beruf lebt von der Erinnerung. Udo Jürgens ist ein Stück Musikgeschichte in Europa. Und mit Danke Udo sorgen wir dafür, dass die Erinnerung bleibt. Für Sie gibt es endlich das große Lebenswerk von Udo Jürgens mit 100 Hits auf 5 CDs mit dem Titel Danke Udo 080 3 mal die 503 für Deutschland 0820 20 30 87 für Österreich und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Udo Jürgens hat uns berührt. Seine Musik ist ein Teil unseres Lebens. Kein anderer Musiker verband großartige Kompositionen und wertvolle Inhalte so genial. Das war sein Leben. Das waren seine Hits. Wir präsentieren das große Lebenswerk von Udo Jürgens mit 100 Hits auf 5 CDs unter dem Titel Danke Udo. Sichern Sie sich Danke Udo für nur 49,99 plus Versand. Rufen Sie uns an 080 3 mal die 503. Freuen Sie sich auf alle großen Erfolge und sogar noch nie auf CD veröffentlichte Songs. Aber bitte mit Sahne Danke Udo 080 3 mal die 503.